bei mir ist schon halloween das ist wenig verstört ja stimmt, ist ja bald halloween neu stimmt wieso geht das nicht passend, dass ich heute x-faktor geschaut hab immer diese marvins ja, mach diese scheiß marvins paul klappt das nicht? ne oh weil kannst du bildschirmübertragung machen dass man sehen kann, was das problem ist halloween was ist bildschirmübertragung? ähm, das macht man am handy boah, ich weiß grad nicht ähm ich hab auch kein Problem, was am handy macht vielleicht 90% der Fälle nur im pc sind ich auch hm also wenn er, äh ich glaub, wenn er so ein bildschirm hat, wo er jeden sehen kann wie er redet muss er oben, rechts auf die zwei Punkte drücken und da müsste es dann üblich schlimmer Farben sein ich bin mir nicht sicher also was zeigt es denn an? was zeigt es denn an paul? wie, was zeigt es an? also was? ach, es geht gar nicht es lädt nicht mal ne das ist ziemlich blöd man jung ich hab ein schönes fliege jungen julio würdest du dann bildschirmübertragung julio würdest du dann bildschirmübertragung für paul an ha nö die box ist zerstört ich hab sie zerstört julio würdest du dann also falls es jetzt nicht klappen sollte würdest du bildschirmübertragung für paul an machen weil dann seht er wenigstens etwas ja ok paul es ist blöd wenn du jetzt nicht mitspielen kannst ich weiß jetzt nicht was man machen soll ich mein man könnte ja ist zwar eine Kruppelart man könnte halt den link irgendwie aufschreiben auf dem zettel und den dann halt im browser eingeben ist halt kruppelmäßig aber wenn es nicht funktioniert ne 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 du kannst du kannst auch diesen link einfach kopieren und dann bei google einfügen ja das stimmt das geht schneller weißt du wie das geht paul paul du bist nicht paul ich hab nie mit dir geredet ich hab mit julian geredet alles klar ja ja das stimmt der macht ja immer solche sachen ich dachte gerade paul das hätte mich jetzt stark gewundert also ich bei mir ist kein penis drin der ist ja gerade eben das ich nehm es ja eher auf dann kannst du es gleich sehen dann später egal mach mal einfach mal egal mach mal einfach mal weil die Junge, ich würde mich freuen, wenn ich Hausarrest bekomme. Martin, wenn ich sage, wenn ich sage, wenn ich... Ich bin kein Marvin, du hast mich Marvin gelernt, du bist so gemein! Halt die Fresse, Marvin! Ich bin so traurig. Ich will nicht mehr dein Sohn sein. Ich will auch nicht bei deiner Mutter sein, weil du eine Stimme bist... Warum willst du nur bei einer Mutter, du bist ein Junge? Ja, aber ich bin, ähm... Jetzt hast du keine Argumente mehr. Ja. Ja, er ist trans, weil... Nee, nur ehrlich. Meine Mutter ist transgender. Transgender. Und dein Vater ist Skylet. Warum ist mein Vater Skylet? Ja, ist mir öffnet. Warum ist meine Mutter ein Mann und mein Vater ist ein Mann? Das macht keinen Sinn. Wir haben uns auf Discord kennengelernt. Damals war er noch höchst, aber jetzt ist er hässlich. Ach so, er ist hässlich geworden. Ja, ich auch. Ich war früher auch mal. Okay, ich war früher als Eizelle war ich mal ganz schön. Nein, warst du nicht schön. Nee, als Eizelle war ich schöner. Was ist das? Was ist das? Was? Ich geh jetzt echt nicht ab hier. Ein Bullkies. Wer ist Bullkies? Oh, oh, Bullkies? Was ist Bullkies? Was ist Bullkies? Mann, ey. Was ist das? Nein! Ich weiger mich, ich weiger mich, das zu zeichnen. Ich habe keine Ahnung, was Bullkies ist. Also das ist, das ist nicht euer Ernst. Also das ist, das ist nicht euer Ernst. Oh mein Gott, mein Gott. Bullkies. Bullkies. Ich kann mich auch erinnern an dieser Zeichnung, die ich mal gemacht habe, an dieser Pferdzeichnung, die war richtig gut. Na, ich bin falsch. Moment. Milchschnitte. Ist das Milchsch... Oh, Walter. Die Milchschnitte mit Honig, ist wahr? Ja. Ja. True. Nee. Okay. Die Milchschnitte mit Milchschnitten und Honig jetzt. Also, das soll eigentlich ein Blut stimmen. Nee, das ist sie. Das ist aber leider der Jahre. Warum sagt Paul nichts? Er ist verstört von dir. Weil ich ein ruhiger Typ bin. Achso. Nein, er ist verstört von mir und du kann ich aber auch verstehen. Ja, kann ich auch verstehen. Ja. Dieses Bild, was ich gesehen habe, da war ich richtig schön verstört. Oh nein, oh nein. Du Armer, es tut mir leid, aber ich zeichne das, was ich sehe. Also, ich zeichne das, was ich lese. Und ich schreibe das, was ich sehe. Zum Beispiel, wenn ich eine Penisattacke sehe... Oh, nee. Ernsthaft. Oh, nein. Ich habe denn das geschrieben. Ja, Junge. Ero Idioten schafft es dich immer einen guten Eindruck auf Paul zu machen. Und was seid ihr eigentlich für unnötige Menschen? Also, mein Junge. True. Ich bin dumm. Weißt du das? Ja, ich habe das schon immer gewusst, seit ich dich kennengelernt habe. Ja, ich auch. Ich glaube jetzt, Paul, weißt du, warum ich dich von der Community fernhalten wollte. Ich komm nach dem Penis auf, Junge. Was? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Wie, warum? Warum hat Muschieter so eine Penisattacke gezeichnet? Warum? Was hängt dich bitte Paul? Weil, Junge... Was hängt dich bitte Paul, Junge? Er kommt rein, er möchte einfach ganz normal Gartigen und spielen. Da kommt sowas, Junge! Oder was denke Paul? Was hängt dich denn... Es ist zu klein mein Gehirn zu holen. Ja... Ja... Waats? Ich bin da ein edger, Junge. Was? Was ist das? Kopfhörer Auto? Schauen Sie das... Schauen Sie das Discord-Logo aber ein Schwarz? Wie Junge? Ich wusste es! Ich wusste es! Dienes Attacke auf... Das ist nicht dein Ernst! Sorry! Mein Gehirn denkt... Das trifft alle! Neu! 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 Seid ihr für dich frei? Neu! 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 Ich bin glücklich, dass ich gerade erst reingekommen bin. Das heißt... Neu! 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 Keine Ahnung, warum ich gerade auf eine Karte komme! Irgendeine Karte als Item zu nutzen! Aber egal! Was? Du los! Du bist das, Junge! Ja! Das war klar, dass der Satz von dir ist! Neu! 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 Ich dachte, das wär ne Ufo, ich dachte, das wär ne Ufo! Hahahaha! 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 Was, ich kann eins, Junge, denen keinen Druck machen! Wolltest'n Sand machen! Ball, kann man mal machen! Punktestand! Was ist denn das? Punktestand! Am Ende ist nicht der Punktestand ange... Hey, was ist das? Das wird lustig! Was ist das? 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 Spiel nochmal aus. Okay. Ich bin hier im Wohnzimmer. Ah, das wird auch geil. Das ist so geil. Ich mach jetzt wieder den Doppel-Modell. Ja. Ich kann so nur sein Julian sein. Ich kann so nur sein! Markus sein! Ahaaaah! Hallo? Das ist aber unfair. Hallo, sauber! Ich kann jetzt doch pizzen! Oh mein Gott! Let's go! Imagine... Warum bin ich ein Verein? ist noch im andere Games-Kanal, oder? Yes, yes! So wie du! Nee, Spaß, du bist toll. No, he's not. Wait, what? Sorry. Immer dieser Markus! Immer dieser Marvins! True, dieser Marvin. Einfach nur cringe. Ja, True, der ist voll scheiße, Alter. Sex? Sex, ja, True Sex, Alter. Das ist voll der Sex-Guy. Der will mit jedem Sex haben. Junge, was ist mit dir eigentlich grad los? Du hast Säuber verscheucht! Okay, cool. Was, Säuber? Ist gegangen wieder? Ja, nur mein Juni, das war ein volles Juni. Tut mir leid. Ich muss in mein Gehirn rein. Immer dieser Marvins! Immer dieser Marvins! Warum schau'n Karpett in den Mitteln? Was auch bei mir? Geist, stopp' denn nicht was in mein Gehirn rein, dann werd' ich auch schlauer. Halt! Und das Liko so funktioniert. Doch, natürlich! Ach Mist, ihm fehlen Haare! Ich hab' auch ne Glatze! Warum schau'n Karpett mit deinem Karpett mit deinem Chinese Hau! Ja, jetzt hab ich wieder eine Idee für eine Zeichnung. Man ist das schon wieder! Wie ist das? Warum lach ich gerade so kurz? Wie soll ich denn regieren? Was ist los? Warum lachst du so? Was ist das? Ich hab's nicht gut. Nein, im Gehzen garantiert nicht gut. Heißäuber. Heißäuber. Schnell. Quick reply. Das ist geil. Was ist das? Was ist das? Ein Geruh... Du tritt... Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, immer diese Morbens! Immer diese Morbens! Vor allem dieser Satz... Junge legt sich mit Vogelscheuche oder Vogelhaus! Was? 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 War groß! Was? Nur ich das... Will das plötzlich in Lampen... Ne, komm! Holber, bekomm... Bekomm gutes Internet! Yes! Ich hatte gar... ... noch... ... noch... Holber, mach gutes... Krieg gutes Internet, komm schon! Mach mich! Ich hab mich! Nein, du lagst! Nee! Du lagst! No you! No! No! Ahhhh... Voller ist geil! War das gleich! Nein! Was hast du gesagt, Jürgen? Jetzt soll ich es gar nicht gesagt! Nein, hab ich nicht! Doch! Du fuhr so! Du hast gesagt, doch! Canceln! Ich hab... Ja, das sieht so schlecht aus, obwohl ich nicht mal dabei war! Ich hab echt Angst! Vor allem bei Julien, weil... Ja, grad ist ein bisschen crazy! Julien, bist du einfach Kekse! Ja! Jetzt geht der Banana! Gitter R! Ich glaube, ich bin behindert! Oder? Ich auch! Was ist das schon wieder?! Was ist das?! Guys, I'm gonna say something that is gonna verstören Paul! Ah, I'm gonna... Nein! Nein! Ich hab den Server! Was?! Was?! Ich hab den... Wahnsinn! Das ist kein Haus richtig, Mann! Was ist... Was ist ein Pornostar?! Was ist... Was?! Ich muss das tun! Ich muss das tun! Ich muss das Pornostar! Scheiße, meine Maus ist irgendwie... Ach so! Ich dachte... Ich dachte, das wäre ein Pornostar mit Powerstar! Ach sooo! Ohhhh... Junge nein! Junge nein! Pornostar ist der neue Pornostar! Nein! Feetiel! Sorry Paul! Und Vogelhaus... poopedի, was ist denn? Was ist denncemos70?! Du... Aber Ende! In der Runde nix verstörendes ich irgendwie gesehen... Was?! Du hast nichts verstörendes gesehen?! Nö! Ende! Eigentlich hast du noch verstörend gesehen! Ahhhh! Nein, warum seid ihr so schnell, WTF? Ich hab dich schnell vom Server fliegen, ich sag's euch. Warum seid ihr so schnell? Ist dir überhaupt Mühe? Was heißt der Normalste? Junge, ich unfriende dich jetzt. Ich werde hier vom Server gekickt, wenn wir sehen, was am Ende rauskommt. Okay. Okay, mal schauen, was jetzt rauskommt. Hey, wer ist dafür, dass Neonu kein Admin mehr ist? Ich. Okay. Okay. Was? 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 Oh, du win the age. Oh, du win the age. Win the age. Win the age. Yay. Oh, ah. Oh, gee. Das sieht cool aus. Das ergibt Sinn. Was kommt JETZT? Aber das lustigste ist, wie ich Boyfriend gezeigt habe. Zu spät. Was soll das heißen? Kein VSE-Chip kum, lese ich. Kein VSE-Chip kum. Kein VSE-Chip. Ich will keinen VSE-Chip. VSE-Chip kum. Das sieht echt aus wie kein VSE. Ah ja, Imagine being a Marvin. Immer diesen Marvin. Wer das ausgerechnet Marvin bekommt. Ich glaube, das habe ich gut gezeichnet. Immer diese Marvin. Er ist verstanden. Marvin. 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 Was soll ich sonst zeichen, Jule? Drei Ausrufezeichen zu viele. Ja, schön. Was soll ich sonst zeichen, Jule? VfB Stuttgart, ja, sehr gut gezeichnet. Was ist das, Jule? Was soll ich sonst zeichen, Jule? Oh, dein Fußballding versuchst. Was soll ich sonst zeichen, Jule? By the way, Skylet 04 war an Schalke 04 angelehnt. Ich kenn keinen Fußball. Jule, was soll ich sonst zeichen, Jule? Was soll ich sonst zeichen, Jule? Kennt ihr diese salzigen Kekse? Achso, die, ja. Salz, 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 Balls, oh my god. Toast, kind of salty right now. Hallo. Jo, ich hab mir mit Nixung gezeichnet. Nice. Geil. Nein. Oh Gott, jetzt kommt das raus. Geh, du, Tristan. Oh Gott, jetzt kommt das raus. Geh, du, Tristan. 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 Na, ich tu mal das Video beenden, das war's.